Also die beiden Herrschaften habe ich bereits vorgestellt. Robert Behrendt ist neu, arbeitet bei der Agentur für Medienbildung Mediale Pfade unter medialepfade.de zu finden. Sie sind Redakteur, Referent, Philosoph und bei Mediale Pfade für ein Format für Nachrichtenkompetenz zuständig und das fanden wir auch ganz passend, wenn es gerade erst anläuft für unsere jetzige Runde, nämlich Meinungsbildung heute, welche Kompetenzen brauchen wir? Da geht es natürlich um uns alle, aber es geht auch um die Leute, die noch jünger sind, die gerade anfangen Medien zu konsumieren und es gibt ein Projekt, in dem Sie für Nachrichtenkompetenz zuständig sind. Können Sie das vielleicht mal kurz erklären, das Projekt im Museum für Kommunikation, wo es genau darum geht, was junge Leute mit Nachrichten machen und ja, Sie dürfen gerne ausführen, Sie können das besser. Genau. Es gibt einen neu eröffneten Ausstellungsbereich im Museum für Kommunikation, der sogenannte Freiraum, so ein Future Lab und dort gibt es ein Greenscreen Studio. Das kann von Besuchern bespielt werden, aber eben auch von Schulklassen im Workshop-Modus und genau, wir als Mediale Pfade haben dazu ein Workshop-Konzept erstellt. Da gibt es eine große Variante, die hat es nicht ganz geschafft, eine Nachrichten-Challenge, also wirklich auch Schulklassen machen miteinander, gegeneinander Nachrichten. Das hätte zeitlich ein bisschen mehr Zeit gekostet, deswegen ist es dann im Grunde genommen die kleine Variante geworden, Schulklassen erstellen eine Nachrichtensendung. Also da geht es um Nachrichten selber machen und da tatsächlich die Aufteilung in die verschiedenen Arbeitsgruppen, in Kleingruppen wird gearbeitet, ein Expertengespräch wird aufgebaut, es wird ein Beitrag dazu geführt, es wird eine Umfrage auf der Straße gemacht zu einem spezifischen Thema. Genau und da sind wir jetzt kurz vor den Playtests, insoweit fehlt da noch so ein bisschen die Praxis, der Bericht aus der Praxis, aber es gibt andere Projekte, aus denen man berichten kann. Wie verstehen junge Leute dieses Nachrichtengeschäft? Also vorhin haben wir schon gehört, Tagesschau kennt keiner mehr, also diese ganzen alten Säulen der Nachrichtenberichterstattung sind natürlich nicht mehr wichtig in der jüngeren Generation, die wiederum speisen ihr Leben oder ihre Informationen aus Nachrichten, die natürlich im Wortsinne ständig bei ihnen ankommen, nämlich jede Chat-Nachricht ist eine Nachricht, das sind alles Nachrichten, die in Facebook-Timelines stattfinden. Was bedeuten denn Nachrichten für das jüngere Medienpublikum? Das wissen Sie doch bestimmt. Genau, aus der Praxis, ich werde mich hüten mit zwei Wissenschaftlerinnen auf der Bühne hier zu verallgemeinern. Genau, weil das, was ich an Erfahrungen mache, sind singuläre Erfahrungen, keine Umfragen und so weiter und so fort. Und was ich aber mal so, weil der Begriff gerade auftaucht, auf jeden Fall herausheben will, Sie wissen nichts vom Nachrichtengeschäft. So, das Geschäft ist Ihnen als Geschäft, glaube ich, gar nicht klar. Interessanter Punkt, könnte man durchaus mal drauf eingehen, wurde auch vorhin, als noch Nachrichtenmacherinnen hier vorne saßen, auch nur bedingt drauf eingegangen, was es eben mit Mitbewerberinnen und mit Konkurrenz und so weiter auf sich hat. Ansonsten ist natürlich, das hat die Studie ja gezeigt, Herr Schmidt hat es vorgezeigt, glaube ich, 16 Prozent der Jugendlichen nutzen ihre Social-Media-Kanäle. Genau, da sind noch die unter 18 ausgelassen, aber wir können davon ausgehen, dass sofern sie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, das natürlich ähnlich machen. Und ich glaube, dass dort im Grunde ähnlich strukturiert wie im digitalen Raum eben auch in ihrem alltäglichen Lebensumfeld Einflüsse auf ihr Nachrichtenverständnis und ihren Nachrichtenkonsum natürlich aus dem Freundeskreis kommen, aus der Peer Group. Dass dort Sachen weitergereicht werden, dass auf dem Schulhof oder in den Pausen eben gesagt wird, hast du es schon gehört und hast du das gesehen? Und dann zeigt man sich eben auch gegenseitig auf den Handys neueste Nachrichten. Ich glaube, was hier noch nicht so richtig betont wurde, ist, dass das Nachrichtenverstehen von jungen Leuten, glaube ich, vom Textverstehen weggeht und wir doch mehr Bewegtbild haben. Das ist dabei noch nicht ganz so zum Tragen gekommen. Und gerade Textverstehen ist auch jetzt keine absolute Selbstverständlichkeit. Ja, das stimmt. Das hatten wir auch gerade noch im Nachgespräch von der ersten Runde, dass wir natürlich auf Bilder und Videos in dem Sinne nicht mehr eingegangen sind in der Nachrichtenmacher-Runde. Sie dafür, die Fernsehnachrichten, die dann ja übertragbar sind, glaube ich, auch von dem, was sie bewirken können auf Videos im Netz an dieser Stelle. Wir sind, nee, das schiebe ich nochmal kurz hinten dran, weil an der Stelle sich für mich noch anschließt die Frage, diese ganzen jungen Angebote, die dann irgendwie, also Bento, Z und so weiter, also die traditionellen Medien, die online versuchen, dann ihr eigenes Portal wiederum für junge Leute zu machen, das erscheint mir manchmal aus der Außenperspektive dann wiederum als Einbahnstraße, weil ich mich immer frage, das ist immer, traditionelle Medien wollen dann an die jungen Leute ran und ihnen dann auch Nachrichten zeigen und hoffen natürlich, dass sie dann irgendwann auch später auf den eigenen Portalen landen. Ich weiß aber gar nicht, ob junge Leute suchen nach solchen Angeboten, also ob das nicht immer nur die Idee ist, wir zeigen euch, was wir euch anbieten können, aber ich weiß nicht, ob es in der Gruppe der jungen Menschen eigentlich ein Mangelgefühl gibt, was Nachrichtenangebote für sie betrifft. Ich meine, da würde, da stehen die ganzen Chatkanäle und all die Sachen, das eigentlich wichtig ist, was teilen meine Freunde mit mir und nicht teilt das junge Angebot von Zeit Online oder der Süddeutschen oder von Spiegel Online seine Informationen endlich mal auch mit mir. Also ich glaube, das ist so ein Spannungsverhältnis zwischen der Erfahrung des Überangebotes, was sie tagtäglich haben und da sind sie als junge Leute nicht alleine, damit leben wir auch. Und dann eben tatsächlich Dinge, die sie verstehen können und interessant finden. Und beides zusammen ist eben so schwierig umzusetzen. Interessant finden bedeutet nicht gleichzeitig auch verständlich machen können. Wir hatten vorhin das schöne Beispiel von, im Grunde genommen den pädagogischen Anspruch, auch bei, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Dame hieß, die auf meinem Stuhl saß vorher, Bei Michael Pease. Bei Michael Pease, genau. Wo einfach auch der pädagogische Hintergrund nicht nur Hintergrund war, sondern es war ein Auftrag. Und das gleichzeitig aber auch interessant zu machen und nicht in die Falle zu tappen, Klickbaiting zu betreiben und möglichst viele Klicks zu sammeln, um dann möglichst auch wieder irgendwelche anderen Inhalte, die damit verknüpft sind, kommerzielle Inhalte irgendwie noch mit an Mann und Frau zu bringen. Das ist eigentlich die Herausforderung, glaube ich. Diese ganzen, bitte schön, sind denn nochmal bei der Emotionalisierung. Vielleicht darf ich sie gerade einschalten, weil ich würde gerne die Gruppe der jungen Leute ein bisschen differenzieren. Also wir haben ja viel mit 13- bis 16-Jährigen das gemacht und haben da auch geguckt, nutzen die Nachrichten, finden die Nachrichten gut, also Nachrichten im weitesten Sinne, so wie sie es halt verstehen, was nutzen sie daraus und wie nutzen die sonst andere Medien? Und es gibt ungefähr 10% Nachrichten-Fans, die also aktiv Nachrichten suchen, die sonst eine relativ geringe Mediennutzung haben. Und es gibt nur, würde ich jetzt mal sagen, 5%, die mir Nachrichtenvermeider genannt haben, die also sehr, sehr viel Medien nutzen und Nachrichten quasi nur, wenn sie es nicht anders, so aus Zeit vertreibt, da gibt es gerade nichts anderes. Und die dazwischen, die suchen dann ganz gezielt, also es gibt die Sportfans, für die sind halt Sport-Nachrichten, kann ich bei meinem eigenen Sohn auch sagen. Der sagt auch immer, Mama, ich lese doch alles über Fußball und Sport, das sind doch auch Nachrichten, natürlich sind es auch Nachrichten. Oder Wetter oder so irgendwas, also die sozusagen differenzieren. Und ich finde, wenn man das sich so anguckt, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Er sagt, es sind nur 5%, die ja mehr oder weniger aktiv Nachrichten vermeiden. Ja, da war es ja, also ich glaube, ich hätte es gar nicht so beschrieben, als dass es negativ wäre, wenn sie Nachrichten vermeiden würden, weil wir ja gerade vorhin festgestellt haben, dass Nachrichten auch ein sehr unterschiedlich zu betrachtendes Business sind und man ja eben sich überhaupt fragen muss nach den Relevanzkriterien. Wir hatten das Relevanzwort jetzt so oft, dass man es gleich noch zwölfmal in die Floskelwolke reinschreiben kann, weil ich würde es auch gerne noch mal zwölfmal sagen. Aber diese Frage nach der Relevanz, hat sie die eigentlich vorhin auch beschäftigt? Die kann man für junge Leute vielleicht noch mal ein bisschen anders fragen, weil es da wirklich sehr, sehr nah ist am Lebensumfeld, glaube ich, was dann relevant ist in erster Linie. Wer meine Laieneinschätzung, wer stimmt es gar nicht ganz, dann können Sie mich gerne gleich korrigieren. Aber diese Frage, die wir vorhin hatten, was ist relevant? Das, was geklickt wird, ist relevant, was ja eine Neuigkeit ist im Nachrichtengeschäft. Aha, ich kann sehen, anhand der Klicks, dann ist es relevant. Das war früher nicht so. Wie verändert denn das wirklich dieses Nachrichtengeschäft? Oder wie würden Sie vor allem hinter diesen Relevanzbegriff gucken? Ich glaube, dass also die journalistischen Nachrichtenfaktoren, wie es in der Kommunikationswissenschaft heißt, und auch die Klickzahlen, das sind ja Relevanzindikatoren von Seiten der Nachrichtenmacher, also der Journalistinnen und Journalisten. Der Uwe Hasebrink, Direktor bei uns am Institut, hat die berühmte Hasebrinksche Informationspyramide immer entwickelt. Also er hat einen Vorschlag gemacht, wie man Informationsbedürfnisse aus Nutzersicht klassifizieren kann und hat, das finde ich sehr plausibel, vier so Grundtypen unterschieden, nämlich das Alge, das Informationsbedürfnis ganz generell umgerichtet. Man will wissen, was in der Welt so passiert und das würde die Tagesschau zum Beispiel bedienen oder auf eine Art vielleicht auch dann irgendwie ein Jugendangebot oder irgendwie die Logo oder so. Und dann gibt es, sozusagen da verengt sich die Pyramide nach oben, dann gibt es themenspezifisches Interesse. Ich bin Sportfan, sozusagen ich will wissen, wie man ein Verein gespielt hat oder was bei der EM gerade los ist. Es gibt die gruppenbezogenen Informationsbedürfnisse. Ich will wissen, was in meinen relevanten Bezugsgruppen gerade diskutiert wird. Es kann was Politisches sein, das kann aber auch was aus dem Entertainment-Bereich sein oder ist Kevin noch mit Tamara aus der 8B zusammen, kann auch genauso relevant sein für mich. Und es gibt die gezielten Informationsbedürfnisse. Also banales Beispiel, ich muss wissen, mit welcher S-Bahn ich jetzt nachher zum Bahnhof fahre, um meinen Zug zu kriegen. Das sind, jetzt haben wir die Frage nach der Relevanz von Informationen und auch der Frage, welche Quellen sind für mich in dem Moment passend, um die für mich relevanten Informationen zuverlässig zu bekommen, haben wir aus Nutzerperspektive jetzt gestellt. Und da werden wir sehen, publizistische Anbieter, journalistische Anbieter werden nach oben hin in der Pyramide kaum kommen können. Also das können andere Anbieter besser. Das kann meine App, meine Navi-App oder Google im Zweifel vielleicht besser. Die Frage ist, ob die publizistischen Anbieter von dieser untersten, von den ungerichteten Informationsbedürfnissen vielleicht auch nach oben kommen. Special Interest Medien, klar, Themen. Und die Frage, jetzt kommen publizistische Medien auch in die Richtung, wo sie vielleicht für bestimmte Szenen oder gruppenrelevante Inhalte Nachrichten anbieten können. Dann sind wir bei so Dingen, wie sie vielleicht Bento oder auch Z anbieten, die versuchen, Nachrichten als Gesprächsstoff irgendwie auch zu bereiten. Also Sachen, die dann gar nicht Clickbaiting, aber die geteilt werden, die kommentiert werden, die ich mit meinen Freunden teile, weil das irgendwie ein interessantes Thema ist. Also das ist ein, jetzt müsste Uwe Hasebrink hier sitzen, der könnte, der würde jetzt noch mehr reden dazu. Aber das finde ich noch eine interessante Perspektive, die Relevanz eben dann nicht nur aus Sicht der Macherinnen und Macher und deren Vermutungen und Unterstellungen, was ist relevant zu sehen, sondern aus Sicht des Publikums. Klingt übrigens wie so eine Helge-Schneider-Erfindung, diese Pyramide. Die Hasebrink'sche Pyramide, ja. Ja, genau. Aber ist bestimmt sehr inhaltsvoll. Das ist, glaube ich, nicht der offizielle Titel, aber im Institut ist das der Running Gag von der Hasebrink'sche Pyramide, weil die sich dann interessanterweise auch ganz viele, also die lässt sich nutzen, um dann tatsächlich auch noch Folgefragen nach der Qualität, nach Vertrauen, nach Relevanz und so weiter dann irgendwie mit zu beantworten. Wollen wir gleich, wo Sie es schon gesagt haben, das Vertrauenswort auch nochmal dann wirklich in diese Runde mit reintragen? Also was bedeutet denn, oder in welche Medien vertraut man am Ende? Ich glaube, wir müssen gar nicht die junge Gruppe in diesem Fall nehmen, sondern können das gleich allgemeiner halten. Das haben wir uns vorhin nicht erwähnt, das Wort. Wir haben mehr über das Geschäft und wie es läuft und welche Formate es gibt und wie man Relevanz auf der einen Seite und auf der anderen Seite bespielt. Was ist denn Vertrauen in … Fragen Sie mich als Philosoph jetzt? Ja, sehr gerne. Nee, das dauert dann so lange. Wahrscheinlich doch nicht. Ja, Vertrauen in was, in wen? Also Vertrauen als solches, ich wiederhole jetzt noch ein paar Mal Vertrauen, vielleicht wird es dann immer größer in der Wolke. Algorithmenmanipulation, bei Google immer den Suchbegriff nennen. Ja, genau. Nee, abstrakten Apps oder Medien, denen Vertrauen zuzusprechen, kann man machen. Die haben aber vielleicht eher ein Image, was sowas wie Vertrauen mitverkauft. Wenn wir von Vertrauen sprechen, haben wir doch eher einen Begriff, das ist ja eher ein zwischenmenschlicher Begriff in meinem Verständnis. Das heißt, es geht um eine andere Person, der wir in irgendeiner Art und Weise vertrauen. Und das führt meiner Meinung nach tatsächlich zu einem interessanten Punkt, nämlich zur Personalisierung von Nachrichten oder Nachrichtensprecherinnen, Sprechern, YouTubern etc., die durch ein bestimmtes Vertrauen, welches sie vermitteln, versprechen können, natürlich auch einen Erfolg mit ihrer Nachrichtensendung oder mit ihren Formaten haben können. Und da wird unter Umständen ein wichtiger Punkt der Nachricht außen vor gelassen, nämlich auch so eine Art Quellenkritik und Quellenkompetenz mit zu beherrschen. Nämlich nicht einfach nur zu hören, der hat es doch gesagt, dann muss es ja stimmen, sondern zu sagen, okay, woher hat das denn und warum hat das gesagt, was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Also da gehört sozusagen ein bisschen mehr zu, um wirklich ein Netz von Vertrauen aufzubauen. Aber so eine Personalisierung hat da, glaube ich, schon eine ganz bestimmte Richtung eingeschlagen, die ich für gefährlich halte. Die Sie warum für gefährlich halten? Weil eben nicht mehr Quellen kritisch beäugt werden, sondern man sagt, okay, es ist doch die Person, die es gesagt hat, der vertraue ich. Ja, aber war das, ich war gerade kurz deswegen irritiert, weil ich dachte, wem haben wir denn vertraut? Also ohne Internet groß geworden, dann haben wir den Öffentlich-Rechtlichen vertraut oder der Tagesschau oder so und haben auch nicht hinterfragt, oder? An der Stelle. Na, vor 20, 30 Jahren verschwand ein Nachrichtensprecher hinter der Nachricht. Das passiert heute in der Art und Weise nicht mehr. Also wenn man Herrn Kleber sieht, dann, da passiert viel an Worten, die nicht in die Nachricht gehören, ganz sicher nicht. Ja. Also Stichwort Quellenkritik kann da, oder jetzt die kommunikationswissenschaftliche Antwort wäre, die Kritik oder die Beurteilung vom Vertrauen richtet sich an die Filter und Präsentationsmechanismen. Also das heißt jetzt nicht, das, was ich gleich sage, heißt nicht, dass jeder Mensch diese Gedanken sich immer macht. Aber wenn man sagt, ich vertraue den Medien, also den journalistischen Medien, dann vertraue ich implizit zumindest, dass die Institution des Journalismus nach bestimmten, sozusagen institutionellen Regeln, verlässlich, nach bestimmten Kriterien, den Nachrichtensfaktoren, mir auf eine bestimmte Art und Weise Nachrichten liefert. Wenn ich wissenschaftlichen Experten vertraue, ich, oder vielleicht auch nicht, weil ich davon ausgehe, dass da Wissen auf eine andere Art gefiltert geprüft wird. Peer Review, etc. Und alles kann immer potenziell falsifiziert werden. Dem YouTuber vertraue ich aber möglicherweise, weil der authentisch wirkt. Also dieses Aufkommen von einer ganz anderen Art der Arena im Netz, nämlich die persönlichen Öffentlichkeiten, wo eine einzelne Person zurechenbar, im Blog, im Twitter-Account, auf dem Facebook-Profil sagt, das ist wichtig, das ist mir gerade passiert, das denke ich. Da glaube ich ja nicht, da vertraue ich ja nicht der Institution oder einem bestimmten Filterprozess, sondern da vertraue ich dann tatsächlich der Person. Und letzter, das ist sozusagen das Viererschema, mit dem ich operiere, die kollaborativen Öffentlichkeiten, die wir im Netz finden, Stichwort Wikipedia, da vertraue ich im Idealfall darauf, dass hier viele Augen darauf gucken und Fehler sich sozusagen dann identifizieren lassen und wieder bereinigt werden. Aus meiner Sicht wären das so Punkte, auch jetzt Stichwort Medienkompetenz, sozusagen zu vermitteln, wie denn solche Filtermechanismen an welcher Stelle im Netz oder anderswo, welche Filtermechanismen denn bestimmen, was ich da zu sehen bekomme und vielleicht auch, worauf ich gucken sollte, um zu beurteilen, kann ich dem jetzt vertrauen oder will mir da jemand was verkaufen oder nicht, gibt es Indizien dafür, dass da jemand jetzt doch was manipuliert oder Filter- oder Prüfmechanismen unterläuft. Ich würde gerne ein bisschen Öl ins Feuer gießen, weil ich Probleme habe mit dem Vertrauenslabel und ob das ein Ziel sein soll, wenn es um medienkompetentes Verhalten geht oder um medienkompetenz geht, weil Vertrauen hat was für mich zu tun, kleine Kinder vertrauen ihren Eltern, die sind darauf angewiesen, die können nicht anders. Wenn wir erwachsenes Verhalten haben wollen, dann sollte man selbstständig sein und dann sollte man Glaubwürdigkeit beurteilen können und Glaubwürdigkeit zu beurteilen, hat was damit mit Vorwissen zu tun. Also wenn ich Wissen habe, dann kann ich sagen, ja das ist für mich glaubwürdig, die Meldung ist glaubwürdig oder die Quelle ist glaubwürdig und Vertrauen führt mich so ein bisschen in so blindes Vertrauen und die können alles sagen und die sagen mir schon, was richtig und was wichtig für mich ist. Und das wäre was, was ich sage, aus einer pädagogischen Sicht würde ich das nicht anstreben. Beides, also völlig d'accord, jetzt nur sozusagen um Gegenrede zu machen, dass schwierig wird, niemals einen Soziologen aufs Podium setzen. Nee, das wird natürlich, unter Bedingungen von Informationsüberfluss wird das schwierig, weil ich brauche bestimmte Mechanismen, um nicht ständig immer wieder prüfen zu müssen. Das kann dann, das ist jetzt vielleicht auch eine Frage des Verständnisses von so Begriffen, das kann eben auch sein, Glaubwürdigkeit für mich, ich würde jetzt halt oder würde Vertrauen sagen, das sind dann ja Mechanismen, die mich in bestimmten Situationen davon entlasten, jetzt immer wieder die Komplexität nochmal nachprüfen zu müssen und sozusagen den Storys hinterher recherchieren zu müssen, weil dann komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich machen möchte. Aber Sie haben recht, das ist bei Vertrauen, wenn Vertrauen umschlägt in blindes Vertrauen, dann wird es auch medienpädagogisch unter Umständen schwierig. Vertrauen, die Trilliarden von NTV-Nutzern, NTV.de? Also ist sozusagen das, was gerade passiert, funktioniert das auf dieser Vertrauens- oder Glaubwürdigkeits-Ebene? Also gerade in diesem Ganzen, wir haben ja vorhin immer wieder diese Schnelligkeit angesprochen und sie auch dann am Ende gar nicht mehr so richtig in Frage gestellt, weil wir einfach mal in den Raum gestellt haben, das ist eben so und sonst sind die Nutzer ja auch nicht zufrieden, wenn da nicht noch mehr Informationen kommen und so weiter. Es wird dann aber auch weitergeklickt und es sind sehr, sehr viele. Heißt es dann, auch in der heutigen Nachrichtenwelt, da gibt es Vertrauen, da gibt es einen Glaubwürdigkeitsvorschuss oder es ist einfach das geilste Angebot mit den besten, schnell wechselndsten Themen und man nimmt das so mit. Also hat sich da was geändert, weil diese Marken dann auch anders besetzt sind mit eben genau diesen großen Begriffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit und dann geht es vielleicht doch am Ende um, da gibt es viel zu lesen, da passiert viel, da ist viel los, ich brauche mehr davon. Klingt nach einer Frage für den Philosophen. Danke für den Ball. Ich kann die auch zurückziehen, wenn die doofer, die Frage. Ich bin da ganz uneitel. Ich weiß nicht, ob man eine App vertraut, wenn man es unter dem Gesichtspunkt betrachtet. Aber Vertrauen kann aufgebaut werden und Vertrauen kann verloren werden. Das heißt, da muss man auch ein bisschen was für tun. Das blinde Vertrauen ist da eine andere Nummer, klar, das kriegt man unter Umständen so. Das blinde Vertrauen den Eltern gegenüber, das ist blindes Vertrauen, das ist auch lebensnotwendig und so weiter. Aber dass man eben Vertrauen auch verlieren kann, wenn man nicht transparent mit Falschmeldungen umgeht, wenn man nicht transparent mit redaktionellen Fehlern, mit falschen Zitaten etc. umgeht. Das sollte man dabei bedenken und ich glaube, das ist im Grunde genommen auch sozusagen die Stärke von Nachrichtenredaktionen, die professionell arbeiten, dass sie im besten Fall diese Transparenz sicherstellen können und es auch tun sollten, weil, genau, sonst ist Vertrauensverlust vorprogrammiert. Machen wir es nochmal konkret nach den ganzen philosophischen und Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsfragen. Jetzt haben wir nur mal diese Überschrift gewählt, welche Kompetenzen brauchen wir für die Meinungsbildung heute? Also das ist ja, ist es nur, ist es eine technische Kompetenz rauszufinden, wo sind meine Anbieter, da möchte ich gucken, da möchte ich nicht gucken, das sind die Leute, denen ich, oder Vertrauen sage ich nicht schon wieder, aber die ich ganz gerne lese und da glaube ich, da stimmt meistens alles, sie sind transparent. Also, wie kriege ich das alles zusammen? Erstens meine Anbieter zu suchen und gleichzeitig auch diesen perfekten Mix aus den Sachen, die mich unterhaltungsmäßig interessieren, aber die dann auch wirklich meine Nachrichtensendungen sind, also meine Tagesschau, mein Ding, was ich kann es leider nicht mit anderen traditionellen Sachen vergleichen. Welche Kompetenzen fehlen denn da überhaupt? Sie haben vorhin gesagt, das ist gar nicht alles so schlimm, sind schon alle noch interessiert und Nachrichten werden konsumiert, aber um wirklich, ja, ein gebildeter, in diesem Sinne gebildeter Mensch zu sein, zu wissen, was wirklich auf der Welt passiert, was auch relevant ist für das eigene Engagement, die eigene politische Haltung. Was würden Sie sagen, was kommt in diesen Topf rein? Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wir hier möglichst Floskeln einbringen können. Ich würde jetzt mal hier die Chancen der Digitalisierung kurz in den Ring werfen. Genau, was wir nämlich für Möglichkeiten haben, ist, dass Kinder und Jugendliche vor allen Dingen mit ihren eigenen mobilen Devices selber Nachrichten machen könnten. Das heißt, sie können Audio, Video, Text produzieren, sie haben diese kleinen Rechner, sie können damit umgehen und sie können mehr damit machen, als sie unter Umständen wissen. Und ich glaube, dass das eine zentrale Kompetenz ist, zu wissen, wie man es selber macht, daraufhin einschätzen zu können, wie andere es gemacht haben und dann eben nicht einer merkwürdigen Schnittfolge irgendwie auf den Leim zu gehen, sondern zu sagen, da waren mehrere Schnitte drin, das stimmt, das ist mir aufgefallen, weil das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist, glaube ich, eine ganz, also dieses selber auch mal gemacht haben, hilft ganz stark, um dafür zu sensibilisieren, wie wir das Nachrichtengeschehen selber dann aufnehmen und entsprechend rezipieren zu können. Weitere? Ja, Sie haben gerade so geguckt. Ich denke, das ist ganz wichtig, für Prozesse zu sensibilisieren. Wie wird es denn gemacht? Und vielleicht war das, ich sage jetzt mal, früher so, da waren die Medien, die waren da oben und niemand wusste so richtig, wie das geht und die waren alle so toll und wir hätten das gerne auch selber so toll gesagt. Und jetzt wird es sozusagen auf den Boden runtergeholt und wird gezeigt, dass es geht und man kann die Prozesse bewusst machen und in dem Moment, wo Prozesse bewusst werden, dann hat es wieder was mit Wissen zu tun und ich kann es hinterfragen. Dann kann ich auch, ich sage es jetzt nochmal, einen Vertrauensvorschuss oder sowas geben. Erst recht, wenn ich bei Nachrichten an sowas denke, ich weiß nicht, leider wer es gesagt hat, aber es gibt die Aussage, Nachrichten dienen eigentlich nur zur Beruhigung, dass die Welt sich weiter dreht, wie sie bisher sich gedreht hat. Und wenn das so ist, dann komme ich im Alltag ganz lang gut damit zurecht. Und erst wenn irgendwas wirklich, jetzt sind wir bei relevant und relevant heißt, es hat was mit meinem Alltag zu tun, es hat was mit meinen Zielen zu tun, da behindert was oder es ist für meine Ziele förderlich, wenn es dann wird, dann gehe ich von automatischen, unbewussten Prozessen weg und mache es mir nochmal bewusst und hinterfragt das und kann es nachrecherchieren. Und das ist eine Möglichkeit, die habe ich ja jetzt. Ich kann verschiedene Quellen angucken, ich kann gucken, bringen die anderen das auch. Wie sieht es denn aus in Zeiten, ich meine, ich bin groß geworden mit drei Fernsehprogrammen, ja, da gab es nicht viel mehr. Das war, das Internet gab es auch. Es war aber natürlich auch dann einfacher, muss es sich nicht mit all dem. Ja, aber es war schwieriger zu hinterfragen. Ja, ja. Wobei die, also ich glaube so die Kernkompetenzen, die aus meiner Sicht auch heute noch notwendig sind, die stammen, glaube ich, auch schon aus der Zeit. Also die Informationen zu hinterfragen, die man irgendwie sieht, sozusagen redaktionellen Inhalt von Werbung unterscheiden zu können. Vielleicht auch diese Mechanismen zu kennen, wie kommen denn Nachrichten zustande. Das sind alles Kompetenzen, die auch übrigens das selber aktiv machen, Stichwort aktive Medienarbeit, das, ich weiß nicht, Sie sind die Experten in Medienpädagogik, das kommt aus den 70ern, glaube ich. Es hat nicht halt das Technische oder das Medienumfeld geändert, unter denen wir diese Kompetenzen nun anwenden müssen. Dadurch verschieben sich die Kompetenzen möglicherweise oder müssen anders aktualisiert werden. Aber die, ich glaube, diese Kernfertigkeiten, die man als mündige Bürgerin braucht, ein mündiger Bürger, um mit Medien umzugehen, die sind nach wie vor, also da wüsste ich jetzt gerade nicht, was sozusagen wirklich ganz neu dazu gekommen ist. Allerhöchstens vielleicht diese, tatsächlich diese technische Komponente, also dass man über das Technische zustande kommen, Stichwort Filter, algorithmisches Filtern und so weiter, dass diese technischen Bedingungen, die mit reinspielen, die waren vielleicht unter Fernsehbedingungen noch nicht so prägend, wie es jetzt, Stichwort Google Algorithmus oder Facebook Newsfeed Algorithmus sind. Aber die Emotionalisierung, die kommt doch neu dazu, oder? Also, dass dieses Ganze, dieses Dings mit deinem Leben verändern, das, also die Shitstorms, ich wusste nur gerade den Plural nicht, egal, auf jeden Fall, also all die Empörung, all diese ganzen Sachen, die natürlich dann, die kommen ja auch aus, die sind nach, die waren Nachrichten und werden zu riesen Explosionen und das ist doch schon was, was dazugekommen ist und was man auch lernen muss, zu hinterfragen und zu durchschauen. Das, was Sie angesprochen haben, ist immer, wie die Nachricht gemacht ist, wie man nach Quellen fragen kann, nach Vergleichsmöglichkeiten, aber das, was auf dieser emotionalisierten Ebene passiert, die man braucht, um am Thema dran zu bleiben, aber die eben natürlich einen auch womöglich sehr auf die falsche Fährte führen kann, das ist doch nochmal, ist nochmal ein anderer Auftrag auch, oder? Ja, also die Kompetenz wäre dann ja zum einen, sagen wir, das abschichten zu können, also zu schauen zu können, jetzt meinetwegen, ich lese einen, vielleicht noch halbwegs sachlichen Beitrag und kriege dann die Reaktionen mit und da dann abschichten zu können, was ist jetzt wirklich, was ist Hetze und was ist, wo steckt vielleicht noch eine konstruktive Meinungsäußerung drunter oder wo steckt ein Argument und die Kehrseite davon ist, selber sozusagen einen aufgeklärten Diskurs führen zu können, um es mal ganz pathetisch zu sagen, also die Fähigkeit, die Kompetenz, sich selber mit den eigenen Positionen aktiv in diese Medienumgebung einbringen zu können, weil die Möglichkeiten gehört zu werden sind ja größer als je, also dass ich kann, wenn ich möchte, kann ich meine Meinung äußern zu den Themen, ich bin aber möglicherweise noch nicht darauf vorbereitet, das unter Bedingungen zu tun, wo alles, was ich schreibe, persistent gespeichert wird, wo es unter Umständen eben auch dann aus dem Kontext gerissen wird und irgendwo anders auftaucht und wo ich damit leben muss, dass es eben so virale Effekte gibt und so weiter, dass unter diesen Bedingungen wird ein, also ist der aufgeklärte Diskurs, den Habermas mal so oder die Deliberation, die Habermas mal so im Sinne hatte, die muss anders aussehen. Aber nochmal, das ist an sich, ist das natürlich trotzdem wieder eine ganz alte Forderung meiner Ansicht nach, dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger eben aktiv in die Meinungsbildung einbringen und im besten Sinne verständigungsorientiert das tun. Ich würde trotzdem auch nochmal gerne zum Thema Emotionalisierung vielleicht nochmal die Lanze brechen. Jetzt möchten alle so gerne mitmachen an der Floskelwolke. Ich glaube, es wird automatisch abgelehnt, sobald die Botschaft in diese Richtung geht, ist es jetzt Floskel abgelehnt. Man kann sich überhaupt nicht einschneiden bei der Floskelwolke. Das ist quasi Zitat. Also die Emotionalisierung ist ja an sich erstmal nichts Schlechtes, sondern kann ja, und da werden Sie mich hoffentlich auch unterstützen, kognitiv dazu beitragen, dass Dinge besser erinnert werden. Zum Beispiel. Also in der Medienpädagogik arbeiten wir ganz stark damit, dass Dinge in irgendeiner Art und Weise einen spielerischen Charakter bringen, bekommen, dass Freude an der Medienarbeit ein wichtiges Element ist, damit eben Sachen erinnert werden und wiederholt werden. Genau, deswegen Emotionen einfach rauszunehmen und deswegen auch plötzlich die guten Geschichten zu verdammen. Eine gute Geschichte unterhält eben auch und die ist per se emotional. Wir können das nicht einfach außen vor halten. Das würde ich gar nicht wollen. Also ansonsten lesen wir nur noch Wissenschaftsprosa und Sie beide wissen, was das bedeutet. Sie beide wissen das. Ich würde zustimmen. Ohne Emotionen geht es gar nicht. Die Frage ist, wie emotional emozieren wir und welche Emotionen werden denn dann angetriggert? Und wenn man sich so etwas anguckt, wie jetzt, was ich jetzt vorher mit Verachtung und es geht um sozusagen die Verachtung Menschen gegenüber, die dann so, also ich hier oben, ihr hier unten, vorhin kam das Wort Flüchtlinge oder was auch immer, dann ist es vielleicht eine Art von Emotionalisierung, die dem Diskurs nicht förderlich ist. Aber Emotionen und Relevanz geht einher. Also für mich sind Emotionen Anzeige von Relevanz und wenn was relevant ist, dann sind Emotionen mit im Spiel. Die Frage ist, welche und welche Handlungsimplikationen hat das dann? Muss so etwas, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen und diese ganzen Medienkompetenzfragen, müssen die gelehrt werden? Also ich meine, ist das, das ist eigentlich, wir eigentlich kommen wir wieder genauso wie bei der ersten Runde erstaunlicherweise zum Punkt, dass eigentlich irgendwie alles doch in Ordnung ist am Ende. Also das, also wir hatten das gerade in der, in der ersten konkreten Runde, ja, das eigentlich sind sich am Ende eigentlich alle einig, alle wissen, was relevant ist und wenn man es nicht weiß, dann guckt man, ob es klickt und wenn es dann klickt, ist es dann auf einmal relevant. Also diese kleine Hierarchiefrage, die man da so stellen könnte, ist es nicht doch vielleicht so, dass Portale auch eben sagen, das ist jetzt das, was ihr jetzt, was wir für relevant halten, und deswegen wird es relevant, haben wir relativ schnell vom Tisch gehabt und jetzt stellen wir eigentlich auch fest, eigentlich kann dieses ganze große Nachrichten-Business auch mit dem, mit Hilfe des Internets nur dazu führen, dass alle selbst ermächtigt werden, sie können selber Nachrichten machen, sie können selber hinter die Kulissen schauen, dadurch, dass sie sich mit diesen Medien anders befassen können, haben wir eigentlich gar keine Probleme, auf die wir vielleicht zum Schluss noch kommen können und sonst lösen wir sie gleich. Also toll, dass es alle wissen, nicht alle haben die Mittel und Möglichkeiten damit zu arbeiten und die, die sehr viel Kapital haben und diese Daten nutzen können, können mehr daraus machen, ganz klar. Und natürlich gibt es Gefahren. Also die Monetarisierung von Nachrichten, die Kommerzialisierung von Social Media Kanälen, das Unterbreiten von Werbeangeboten in diesem Kontext, klar ist es eine Gefahr, weil es einfach Sachen verschwimmen lässt, die besser eben nicht verschwimmen sollten. die Nachricht von der Werbung trennen zu können, finde ich schon weiterhin eine Sache, die beigebracht werden muss. Und die dann nämlich sonst schon eine Auswirkung auch auf die Meinungsbildung eben hat. Genau, weil plötzlich, also ich habe lange Zeit ein großes Beteiligungsprojekt hier in Berlin koordiniert, habe immer überlegt, ob nicht die eigentliche Zielgruppe bei Primark am Alex sitzt und dort war richtig was los. Und dann sah ich dort einen jungen Mann, der hat seine Fußballtricks vor Primark vorgeführt, statt irgendwie in so einem politisierten jugendlichen Beteiligungskontext. Da sehe ich eben schon, klar, da ist die Zielgruppe und ich will nicht mit Primark, Adidas, Apple konkurrieren müssen. Aber was wir unter Umständen haben, sind Inhalte. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Da kann ich trotzdem noch einen Punkt von vorhin mit reinwerfen, den auch nochmal Udo Stiel vor der Pause fand ich ganz gut angesprochen hat. Und noch eine Frage zu dieser Schnelligkeitssache, die wir vorhin auch schon mal hier auf dem Tisch hatten, in die ja dann wiederum auch die nächste Generation reinwechselt, in dieses muss alles schnell gehen, wir brauchen das alles auf einmal und wenn da nichts steht, dann sind alle unruhig, wir müssen dann neue Nachrichten hinterher schieben. Und dann meinte Udo zu Recht, warum ist es denn eigentlich nicht so, dass man sagt, wenn nichts passiert, ist da halt nichts, dann geh doch grillen oder mach doch was anderes in der Zeit. Also warum soll man da nicht wirklich, also wir nehmen das gerade einfach, finde ich alles so sehr, so hin, dass es eben so ist und dass die Leute dann eben lernen müssen, damit umzugehen und manche tun es auch, manche nicht so und manche sind doch ziemlich betrübt am Ende eines Tages, an dem sie die ganze Zeit vollgeblastet wurden mit schlimmen Nachrichten. Wieso kommen wir nicht zu dem Punkt zu sagen, es könnte auch noch eine weitere Ebene geben, in der man wieder den Gang runter schaltet und die Welt, in der jetzt gerade nicht so viel los ist, auch als eine abbildet, in der gerade nicht so viel los ist, weil immer was los ist und weil das einfach ab jetzt immer schneller geht, ist ja auch wieder was für den Philosophen, schrecklich heute, tut mir leid, aber ich brauche mich zu uns. Wenn das so ist, dass mir jemand anders sagt, es ist gerade nicht so viel los, dann ist ja wieder, dass ich die Verantwortung jemand anderes gebe. Ich kann ja auch NTV oder was auch immer gucken und selbst mich entscheiden, es ist gerade nicht so viel los oder das ist was und das ist das, was ich vorhin sagte. Gut, ich weiß noch, 20 Uhr Tagesschau eingeschaltet und man weiß nachher nichts mehr, außer vielleicht das Wetter oder vielleicht auch nicht, aber dann habe ich auch entschieden, es war gerade nichts los, was mich betrifft. Jetzt will ich nur mal an die Zeit gekoppelt sein, weil vielleicht der Alltag sich auch geändert hat, dann gucke ich bei NTV oder Spiegel Online oder Welt oder Zeit oder wo auch immer und entscheide für mich, es ist gerade nichts los. Ja, also ich finde das, wenn man sagt, der mündige, aufgeklärte Bürger will man haben, besser, das entscheidet jeder für sich selbst, das ist nicht so viel los, als jemand sagt, wir senden jetzt gerade nichts, weil es ist nichts los und wir haben das entschieden, da gibt es nichts, was dich anzugehen hat. Ja, das war natürlich auch vielleicht ein bisschen flapsig formuliert. Ich bin auch ein bisschen provokant, ich weiß. Das stimmt schon, ja, das stimmt. Also es war, glaube ich, nur so eine Idee, wie man aus dem irgendwas ist, immer raussteigen könnte. Bitte? Ich denke gerade, die Richtung weiter ist. Es wäre natürlich technisch möglich, also wenn wir davon ausgehen, dass wir auf Portalen oder in sozialen Medien, dass da unser Interessenprofil hinterlegt ist, dass die mir, also die Anbieter mir präsentieren können, dann wäre es technisch absolut möglich, zu sagen, seit du das letzte Mal reingeguckt hast, ist nichts passiert. Das widerspricht der, oder das wird deswegen nicht funktionieren, weil, also bei den sozialen Medien, weil die, also deren Geschäftsmodell basiert auf Aktivität. So die, selbst wenn nichts passiert, würden sie mir Sachen von vor zwei Jahren, das macht Facebook, guck mal, was vor einem Jahr war, schau mal, willst du es nicht nochmal mit deinen Freunden teilen, was übrigens, Klammer auf, zu teilweise sehr unschönen Szenen führt, weil dann Menschen teilweise an den Tod von nahen Verwandten erinnert wurden und gesagt haben, Facebook, das muss ich, ich will nicht, ich habe das verarbeitet, ich möchte nicht jetzt nochmal jedes Jahr daran erinnern werden. So, aber die kommerzielle oder das Geschäftsmodell dieser Betreiber ist darauf angelegt, es muss ständig was passieren. Klick, 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 schau rein, schau rein, schau rein. Nichts ist so alt wie der Update von vor zwei Minuten. Ich würde mal gerne noch die Runde zum Schluss aufmachen. Sie sehen alle schon ein bisschen müde aus, nicht gut. Deswegen müssen Sie jetzt, ich komme gleich mit dem Mikrofon. Nein, aber bitte, da ist ja schon Frau Pilat und rettet mich. Was die Medienkompetenz, also was die technischen Fähigkeiten belangt, bei den jungen Leuten ja viel, viel ausgeprägter ist. Also das ist so, das kommt, das kam jetzt gerade gar nicht vor. Dagegen ist sozusagen diese Grundkompetenz zu entscheiden, das ist eine verifizierte Nachricht, dem kann ich vertrauen, glaube ich, durchaus schwieriger, weil eben das Angebot viel, viel größer ist. Und ich glaube, dass beispielsweise das Vertrauen in YouTube-Stars inzwischen halt, also mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht viel wichtiger, als wenn die Tagesschau oder auch irgendein Online-Medium eine wichtige Nachricht verbreitet. Und dieses, dass so viel gleichzeitig nebeneinander steht, ich glaube, dass das tatsächlich schon problematisch ist und auch eine ungelöste Aufgabe Aufgabe für Medienpädagogik. Also das ist, diese Gleichzeitigkeit zu bedenken, dass junge Leute heute ab 10 technisch viel, viel versierter sind als die meisten ab 25 und parallel aber eigentlich irgendwie wenig Ahnung haben, wie sie diesen ganzen Nachrichten oder überhaupt diesen Informationen, es sind ja nicht nur Nachrichten, diesen ganzen Informationsunterhaltung sonst wie Strom zu filtern, zu bewerten und auch, ja, wie das irgendwie nebeneinander geht. Das fände ich nochmal spannend. Also ich glaube, so technisch versiert sind sie vielleicht gar nicht. Ich würde mal, Mischke hat sich gerade gemeldet, vielleicht ist sie da, weiß ich nicht, mit welchen Jugendlichen sie arbeiten. Naja, genau. Es ist vielleicht erweitern wir das Technische um das Technisch-Ästhetische, weil es sind eben zwei Sachen, die sehr eng zusammenspielen. klar kann ich die Starttaste drücken auf meinem Telefon, aber dann vielleicht die Datei schon wieder zu finden, hinten irgendwo in meinen Verzeichnissen, ach, jetzt ist sie auf der SD-Karte gespeichert, ach, wie komme ich da denn jetzt ran? Das sind Sachen, die sind nicht so selbstverständlich. Wenn wir es gemacht haben, wissen wir jetzt, wie es geht. Genau, aber ich glaube, ich bin zwar nur die Moderatorin, aber man muss tatsächlich auch kurz was anfügen, weil ich neulich ein Interview gemacht habe mit den TinCon-Gründern, also mit Johnny Häusler und so weiter, die über das Thema auch gesprochen haben, die gesagt haben, sie haben erstaunlicherweise auch an vielen Stellen ähnliche Erfahrungen gemacht, dass dieses, die sind so Digital Natives, die können alles und so weiter, die lernen natürlich so ein anderes Internet kennen, indem sie über eine App reingehen, aber oftmals genau diese ganzen Recherchefragen schon nicht mehr, so einfach, zumindest nicht jeder lösen kann, dass da tatsächlich dieses Vorurteil, was man so hat, auch nicht immer bestätigt ist. Vielleicht ist es ein anderes technisches Verständnis, aber dass da auch, sehen Sie anders? Also ich glaube, also da glaube ich nicht so dran, vielleicht bin ich da auch nicht so kulturpessimistisch, also es gibt, ich glaube, das finden die auch nicht, die TinCon-Leute. Also ich habe selbst zwei Kinder, bei denen ich das irgendwie sehr interessiert beobachte, der Umgang mit verschiedenen Apps und so ist absolut selbstverständlich und auch die Kenntnis der eigenen Mobilgeräte, auch was damit möglich ist, wie man was auf YouTube stellt, was auch immer, das ist vorhanden oder lässt sich durch ein Video-Tutorial in kürzester Zeit irgendwie ranschaffen und ich glaube, dass oft gar nicht verstanden wird, was nutzen die Kinder oder Jugendlichen da eigentlich und in welcher Weise. Das ist vielleicht nochmal die andere Fassung, dass sich tatsächlich mit der Rezeption auseinandersetzen. Aber parallel dieses, eigentlich gar nicht mehr diese normale Kompetenz, die man sonst so erworben hat, also alle, die etwas älter sind, die vielleicht nur mit drei Fernsehsendern oder dann irgendwann mit irgendwie zwei größeren Portalen aufgewachsen sind, dass da eine totale Lücke entstanden ist, finde ich total beachtlich und die Frage, wie die geschlossen werden kann, hat sich bislang in dieser Runde mir noch nicht erschlossen. Bitte, bitte, ja. Bin ich mit dem Mikrofon dran? Verzeihung. Passt es dazu oder sonst war ich, weil ihr passt auch zu, dann machen Sie gerne. Ich würde gerne zwei Sätze dazu sagen. Einmal, diese Lücke zu schließen, alte Diskussion, keine Frage. Für mich ist interessant, wir arbeiten sehr intensiv mit Jugendlichen, haben eine Schülerplattform aufgebaut, die heißt DIGA, wo Jugendliche ihre eigenen Medien produzieren. Wir sprechen die ganze Zeit über Nachrichtenproduktionen. Das heißt, Nachrichten werden von Erwachsenen produziert. Kinder schauen sich das an. Das ist so die Generallinie. Mich würde mal interessieren, wenn Kinder in dem Alter, von dem wir hier sprechen, sagen wir mal 8 bis 14, 16, ihre eigenen Nachrichten produzieren würden. Das ist so ein Projekt, das ihr anfangt. ihre eigenen Nachrichten produzieren würden mit professioneller Begleitung. Was für Nachrichten würden die produzieren? Ich habe eine Ahnung. Ja? Und ich weiß auch die Themen so ein wenig. Aber das wäre ein spannendes Projekt, so etwas mal aufzulegen. nicht Nachrichten von Erwachsenen für Kinder, wie auch der Kika das ja macht, sondern Kinder produzieren ihre eigenen Nachrichten, recherchieren, produzieren Beiträge und so weiter und so fort. Nur mal so in die Runde geschmissen. Sehr gut. Vielleicht kann ich sogar daran anknüpfen, weil ich arbeite nebenbei auch als Pädagoge an einer Grundschule mit einer fünften und sechsten Klasse, acht, neun, zehn Jahre, genau dieses Alter. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen. Es gab auch das Thema Werbung, die Trennung und so weiter. Es gab eine Studie, glaube ich, Ende letzten Jahres, wo, vielleicht wissen Sie es genauer, dass gerade Kinder oder die gerade Richtung Jugendliche gehen, dass die nicht trennen können, wenn sie eine Seite, eine Website aufhaben. Was ist nun Werbung und was sind Nachrichten? Und deswegen finde ich es ganz gut, dass Sie das auch aufgegriffen haben. Wir haben immer diesen Blick und Sie auch. Wir haben immer gerade diesen Blick in der Diskussion gehabt. Also wie produzieren wir etwa? Wir haben Bento aufgegriffen und so weiter, wo ich mich immer frage. Also ich finde das auch sehr fragwürdig. Man hat Erwachsene und die schreiben dann irgendwie Pseudo-cool für Jugendliche oder für Kinder. Verzeihen Sie mir das Wort, aber ich denke immer, die schreiben für geistig Behinderte und da möchte ich nicht die geistig Behinderten beleidigen. Ich finde das immer sehr fragwürdig. Aber was mir aufgefallen ist in der Arbeit und genau das mache ich ja auch. Ich mache eine Schülerzeitung beispielsweise und da schreiben die auch selber Nachrichten. Ich begleite die natürlich professionell, ich als Journalist und die können das auch. Also die können Interviews führen, die können Berichte schreiben. Wir waren im Zoo, haben eine Reportage gemacht. Also all diese journalistischen Darstellungsformen, die es gibt, die haben wir gemacht. Natürlich müssen die erstmal herangeführt werden, aber dieser andere Blickwinkel, der fehlt noch und ich sehe das an den Lehrern, ich sehe das an den Pädagogen, gerade in den Grundschulen arbeiten ja auch Erzieher und andere Pädagogen zusätzlich. da fehlt das Wissen, die Kompetenz fehlt einfach noch und da muss viel stärker gearbeitet werden. Ich finde nicht unbedingt, dass wir viel mehr Kinder und Jugendangebote brauchen, sondern eher umgekehrt, dass vielleicht auch aus dem Medienbereich mehr die Lehrer und Pädagogen unterstützt werden sollten, dass die Kinder fit werden für die Medien und nicht unbedingt irgendwelche neuen Projekte. So, ich habe hier das Mikrofon. Ich bin ein bisschen später gekommen, da habe ich Ihre Vorträge nicht gehört, aber die erste Talkrunde und jetzt die Runde, wie ihr angehört und habe das Gefühl, hier ist wieder ein Kreis versammelt, der sehr mit sich selbst zufrieden ist und jetzt wird ein bisschen differenziert, wie könnten die Kinder noch ein bisschen interessantere Nachrichten machen oder nehmen wir diese Plattform oder jene, aber so ein Grundkonsens ist, so da, wir sind ja eigentlich ganz gut und das Thema, was hier über der Veranstaltung steht, ist Meinungsbildung heute und funktioniert das überhaupt? Und da habe ich einige Probleme. Sie haben vorhin den Herrn Kleber angesprochen. Ein Problem ist doch, warum ist die heute Show relevanter als Nachrichtensendung als heute? Also das ist ein Problem. Oder warum ist in meiner Region, in der Journalzeitung, in den Leserbriefen steht da immer was anderes als in dem politischen Teil. Und gestern früh in Deutschlandradio, die Morgensendung, da ist was Interessantes passiert. Da war ein Professor, der hat ein Buch geschrieben über Zensur und was es in der Vergangenheit für furchtbare Zensur gab und dies und jenes und so. und die Moderatorin war ganz begeistert, also was da überall so finster in allen möglichen Regimen. Und dann fragte sie, ja und gibt es denn heute auch noch Zensur? Und da antwortete die doch glatt weg, ja, das ist vorwiegend Selbstzensur und das ist Political Correctness. und das ist ein, und da war die sprachlos. Irgendwie hat sie da rumgeeiert und ja, aber naja, aber jeweils, damit hat die überhaupt nicht gerechnet. Die dachte, der erzählt jetzt irgendwas über Russland oder über Türkei oder so und mit einmal spricht sie uns an. Und ich glaube, das ist eine ganz große Problematik, wenn es um Nachrichten geht und vorhin wurde es wieder aufgezählt, die Zeit, ob die Zeit oder die Welt, das ist alles so unter so einem Mantel der Political Correctness. Und dann muss man im Internet gucken, meinetwegen die Nachdenkseiten. Warum steht denn da was anderes als in allen sämtlichen Zeitungen? Warum wird das nicht in den Zeitungen diskutiert, also ohne jetzt zu werten? Aber ich glaube, das ist ein Problem und da muss man wieder eher hinkommen und nicht sagen, wir schalten jetzt noch sonst wie viel Plattformen frei, wo jeder so seinen Frust ablassen kann. Aber dass es ein stärkere Aufgreifen auch von Dingen gibt, die nicht jetzt nur gerade angesagt sind, wo man sogar sagt, davon will ich mich distanzieren. Aber dass man das in einen Diskurs wieder hineinbringt, das finde ich wichtig. Dankeschön. Ich lasse die Sachen jetzt einfach gerade deshalb so stehen, weil wir uns trotz der Anmerkungen immer nicht mehr auf die detaillierten Diskussionen einlassen können, wegen der Zeit. Aber hier vorne war noch der Herr im blauen Hemd. Achso, Entschuldigung, ich wusste gar nicht. Bitte, bitte gerne. Also ich wollte gerne mal noch kurz was zur Technikkompetenz sagen. Mein Eindruck ist, dass die Technikkompetenz mit der Kommerzialisierung der Tools und des Netzes eher abgenommen hat. Also in den Anfangszeiten des Internets waren wir alle noch sehr technikkompetent. Wir waren sogenannte Immigrants. Aber je mehr sozusagen alles dann vorgekaut und fertig und nur noch mit schönen Oberflächen und ich muss nur noch hier klicken und nicht weiter und gerade Apps. Manche wissen vielleicht, also in Deutschland geht es vielleicht noch, aber in anderen Ländern wissen, Appnutzer schon gar nicht mehr, dass sich dahinter das Internet verbirgt. Die haben nämlich nie so eine Zeile gesehen, wo sie eine Adresse eingegeben haben. Die können sich gar nicht mehr vorstellen, was dahinter für eine Welt liegt. Das ist ja auch genau die Kritik an dieser Facebook-Internet-Welt, die sich da in sogenannten Drittweltländern gerade ausbreitet, weil die da auch das Netz bauen. Und ich glaube, und auch wenn ich jetzt in einer Schule in einen Computerraum reinkomme, wo die Rechner schon alle fertig eingerichtet sind und ich setze mich schon alles installiert und setze mich noch ran und mache Klick, Klick und lerne dann Office, also Microsoft-Produkt, ein Close-Source-Produkt. Da liegt, glaube ich, das Problem aus meiner Sicht. Früher haben wir angefangen, da fing es erst mal an, so jetzt baue ich erst meinen Rechner zusammen. Da war nicht mit, ich setze mich hier hin und alles läuft. Also das ist, also mit diesem vorgefertigten, mundgerecht und auch vor allem kommerzialisierten Netz, glaube ich, hat man eher das Problem, dass man die Kinder oder die Jugendlichen eben auch in so eine Konsumentenhaltung bringt. Und dann ist es total wichtig, solche Angebote zu haben, wo man eben wieder ins Selbermachen kommt. Also ich mache auch so ein Projekt, ich will das jetzt hier nicht pitchen, aber also das ist, ich habe es ja nicht genannt. Aber so, das ist, da kommen die echten Aha-Effekte und da kommt dann das wirkliche Verständnis, so glaube ich, erst wieder durch Selbermachen, da bin ich total beerobert. Aber das finde ich auch gut, dass Sie es um Anmerkung bei das auch vorhin, das sollte nicht, die Anmerkung sollte nicht nach Kulturpessimismus klingen, die können das ja alle doch nicht, sondern wirklich so, das ist ein anderes Verständnis, teilweise von dem Internet und das glaube ich schon auch, auch aus meiner Erfahrung, dass das, was dahinter liegt, hinter all den Apps oftmals sich dann doch verborgen bleibt und dann nicht jeder automatisch alles selber kann und sich selber versteht, welche Möglichkeiten darin liegen, das glaube ich schon auch, das kann man nicht, glaube ich, für alle allgemeingültig sagen, aber das soll nicht pessimistisch, sondern eher so klingen, das darf man nicht vergessen. Noch wer? Möchten Sie vielleicht das Abschlusswort sagen? Also vielleicht könnten Sie dazu aufstehen und etwas romantisch sagen. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal eine Sache sagen, wenn ich schon auf dem Podium sitze, dann möchte ich es auch nutzen. Ja, bitte. Ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass wir uns hier alle einig sind und ich finde auch die Rede über die Political Correctness gefährlich. Ich will es hier nochmal anmerken, ich habe eine andere Meinung dazu und meine Meinung ist, dass es einen bewussten und reflektierten Umgang mit Sprache braucht und bestimmte Sachen müssen benannt werden und Political Correctness ist ein Kampfbegriff geworden, das müssen wir uns alle klar machen, den kann man nicht einfach so in den Raum stellen. Dankeschön. Jetzt haben wir ja schon zwei Seiten gehört. Gut, ich möchte eigentlich ein paar Kollegen hier recht geben und zwar, also einmal, was die technische Kompetenz angeht, die ist natürlich da, aber sie schreitet so schnell fort, dass es eigentlich keine Natives gibt, jeder ist Immigrant. Je schneller die Zeit rast, desto mehr ist man Immigrant, jede Generation. und Technikkompetenz ist, Userkompetenz ist nicht Medienkompetenz, das ist wichtig und deswegen hat auch der Herr aus der Wolke recht, wenn er sagt, wir müssen und auch wenn es heißt, mit Vorwissen kann man bewerten und das gilt nicht nur für Bewertungen, sondern es gilt überhaupt für, also von Nachrichten, sondern von Bewerten von allem, was einem in den digitalen Medien über den Weg läuft. Ich selber mache auch Projekte mit Kindern und mit Elternabenden und Schule auch Schulkollegien und sehe da auch das größte Manko, weil, also ich komme ursprünglich her von Projekten, wo wir Kinder aufklärten, was ist Werbung und wie funktioniert sie, weil man dann über Wissen eine Verhaltensänderung hinkriegen kann. Und dasselbe gilt für alle anderen Bereiche im Netz, sei es jetzt Social Media, sei es Nachrichtenbewertung, Nachrichtenbewertung, es geht immer darum, dass man zu den Kindern sagt, wir wollen es euch nicht schlecht reden, wir wollen es euch nicht wegnehmen, wir zeigen euch, wir wissen auch, es ist Lebenswirklichkeit, so wie Busfahren und Telefonieren, aber wir zeigen euch jetzt ein paar Sachen, die sind gefährlich, sei es, weil sie für euch selber gefährlich sind, sei es, weil es gesellschaftlich gefährlich ist, weil es politisch fragwürdig ist oder sonst was, und die müsst ihr kennen, damit ihr, wenn sie euch über den Weg laufen, dass ihr die erkennt. Mehr können wir nicht tun, um Medienkompetenz zu fördern und das ist aber das, was die Schulen ja auch leisten müssen, ab übernächsten Schuljahr, wenn nämlich das neue Basiskurriculum Medienbildung genau diese Kompetenzen auch erstmalig und Gottlob einfordert. War das schon ein Schlusswort? Mehr kann man nicht tun, als auf die Sachen hinweisen? Ja, sind damit, okay, gut, dann würde ich sagen, das war es für heute. Viele tausend Themen, ich bedanke mich bei allen Gesprächspartnern und bei Ihnen allen, dass Sie zugehört haben und so lange geblieben sind und deswegen gibt es jetzt auch das nächste Bild, auf dem steht, genau, wir freuen uns auf Sie beim Empfang in der Remise. Vielen Dank, das war das Sommerforum 2016. Schönen Tag noch. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.